Es ist kurz nach 6 Uhr morgens. Für den zehn Monate alten Adrian heißt es aufstehen. Auf ihn warten die Lazarettzwerge in der gleichnamigen Kindertagesstätte in Koblenz. Seine Mama Melanie Schenk und ihr Mann Dominik arbeiten am Bundeswehrzentralkrankenhaus. Die beiden Oberfeldwebel sind Gesundheits- und Krankenpfleger. Ohne die Kita wäre unsere Arbeitszeit nicht so in diesem Umfang machbar, wie es jetzt ist. Wir sind sehr froh, dass es diese Kita gibt. Adrians Oma und Opa leben 400 Kilometer entfernt. Deshalb sind seine Eltern bei seiner Betreuung auf Hilfe angewiesen. Erschwerend kommt die Schichtarbeit der beiden hinzu. Dass sie ihren Sohn gemeinsam in die Kita bringen können, kommt daher eher selten vor. Deshalb ist es besonders wichtig, dass die Zeiten in der Kita flexibel sind. In der Kita Lazarettzwerge können Eltern ihre Kinder von Montag bis Freitag zwischen 5.30 Uhr und 21.30 Uhr bringen und abholen. Für die Eltern ist es gut zu wissen, dass ihre Kinder bestens versorgt sind. Ich kann, ohne groß Gedanken zu machen, in den Einsatz zu gehen. Meine Frau kann arbeiten gehen und den Kleinen in die Kita bringen, ohne dass es da zu Komplikationen kommt. Die Lazarettzwerge gibt es seit Oktober 2014. Die Bundeswehr stellte das Gelände und die Infrastruktur zur Verfügung. Betreiber und verantwortlich für Personal und das pädagogische Konzept ist die Dusmann Kulturkindergarten GmbH. Die 12 Erzieherinnen kümmern sich um bis zu 42 Kinder. Von sechs Monaten bis zur Einschülung reicht das Alter. Den Kindern stehen 500 Quadratmeter Gruppenräume und ein weitläufiges Außengelände zur Verfügung. Und Adrian fühlt sich wohl. Für Petra Koch, Leiterin des Kulturkindergartens, spielt neben den flexiblen Zeiten auch das zweisprachige Konzept Englisch und Deutsch für die Akzeptanz bei den Eltern eine große Rolle. Viele Eltern sind sehr überzeugt von der Bilingualität in unserer Einrichtung. Andere haben ein bisschen Bedenken auch gehabt, weil es nicht nur eine Sprache ist, die die Kinder sprechen. Die stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte des Bundeswehrkrankenhauses ist Andrea Eggenolf. Sie sitzt in dem Gremium, das über die Vergabe der Plätze entscheidet und war die maßgebliche Initiatoren für den Betriebskindergarten. Die Motivation war damals als hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte wegen Vereinbarkeit von Familie und Dienst. Und ich habe halt den Notstand gesehen, gerade im Schichtdienst. Und die Eltern halt keine Betreuung draußen finden, die halt im Schichtdienst angepasst sind. Für Familie Schenk wird es jetzt Zeit, Adrian und die Lazaretzwerke in ihren Gruppenräumen Shakespeare, Beatles oder Picasso zu verlassen. Vor ihnen liegt ein fordernder Arbeitstag. Auf der orthopädischen und der onkologischen Station, nur wenige hundert Meter entfernt. Gerade weil er so klein ist, ist es wirklich ein gutes Gefühl, dass man weiß, er ist hier auf dem Gelände. Falls doch mal ein Vorfall sein sollte, dass wir direkt parat sind und handeln können. Das sorgt für entspanntes und konzentriertes Arbeiten, ohne dass die Gedanken abschweifen. Außerdem können Melanie und Dominik Schenk dank dieser umfassenden Kinderbetreuung ihren Beruf ausüben, ohne dass sich einer von ihnen einschränken muss. Davon profitieren nicht nur die Eltern, sondern auch ihr Arbeitgeber, die Bonnuswehr. Die Bonnuswehr. Die Bonnuswehr Die Bonnuswehr. Die Bonnuswehr